Das Angebot an Investitionen Das Angebot erhält das Gebiet von Fläche ca. 47 Hektar im Bereich Wengerska und wird als die Grundstücke Nummer 13-3 und 13-6 bezeichnet. Das Gebiet wird durch die Gemeinde als Industrie- und Handelskammer vorgesehen. Die wichtigsten Vorteile dieses Gebietes Die Lage an der Staatsstrasse Nummer 6, Stettin, Koschalin, Gdańsk, die internationale Bedeutung hat. In der Nähe dieses Gebietes gibt es eine Kreisstraße Potengowo-Pobłocje. Nördlich von diesem Gebiet befindet sich die Eisenbahn von Stettin nach Gdańsk. Der Bahnhof mit dem Anschlussgleis befindet sich in Potengowo. Das Ort in unbebaut und flach. Die Entfernung von Lemberg 20 km, Slutsk 30 km, Ustka 48 km, Weber 35 km, Gdańsk 100 km. Der Besitzer von diesem Gebiet ist die Gemeinde Potengowo. Das Gebiet kann auf verschiedene Art und Wiese übergeben werden. Der Verkauf bei Versteigerung länglicher Pacht. Die Gemeinde als Mitglied der Gesellschaft mit dem Gebiet als Beitrag in die Gesellschaft. Die Nachbarschaft der Investitionsgründstück. Ralfeisen Agrotechniker GmbH. Die Gesellschaft bietet den polnischen Landwirten die Maschinen von Firmen New Holland und von anderen bekannten Firmen wie Krimen, Kwenland, Hudich an. Die polnischen Hersteller Unia Grudziądz, Krukowiak, Rolmarsch, Agromet, Expo. Star Möble GmbH. Zyschlerei in Potengowo. Der Hersteller von Polster Möbel. Alles wird nach Skandinavien eksportiert. Mikol Diensthandelindustrie. Diese Firma beschäftigt sich mit Innen- und Auslandverkehr, Spedition, Kürttransport, Reparatur von Fahrpack. Bäckerei-Konditoreiklasse in Potengowo. Eine der größten Hersteller von Backwaren im Kreis. Die Backwaren werden sowohl in Gemeinde Potengowo als auch in Städten Słupsk, Ustka, Lęburg, Koschalin, Szczecinek und Gdańsk verkauft. Fischgeschäft in Jochowau, Richard Balcerzyk, Forellenzug und Fischfabrik. Natureingeschafften. Die touristischen Eingeschafften dieses Regions sind die Flüsse Upawa und Weber. Über den Fluss Upawa kann man Paddleboard fahren. Dort befinden sich auch interessante und verschiedene Landschaften mit 500 ornithologischen Plätzen. Der Palast zum Storchnest stammt aus dem 18. Jahrhundert und dient als Jugendherberge. Er befindet sich in Runovo, sieben Kilometer entfernt von Potengowo. Es gibt dort 100 Betten, die Freizeitaktivitäten, Reiten, Lagerfeuer, Winter- und Sommerferien für die Kinder und andere. Der Palast von Vizhou in Poganice aus dem 19. Jahrhundert befindet sich auf dem Hügel bei der Flüssebene Upawa und wird vom Landkreis umkreist. Dazu gehören auch saubere, volle von Fischenseen, wo man baden und sich erholen kann. Das Restaurant Nostalia in Poganice liegt an der Strasse Subsk-Deins am Upawa in Möller aus dem 19. Jahrhundert. In dieser Gaststätte gibt es 50 Plätze. Technische Infrastruktur. Die Versorgung ins Wasser kommt von der Wasserleitung in Potengowo. Die Abwässerwirtschaft. Die entstehenden Kommunalabwässer werden durch das gravitierend pressende Abwässernetz zu den zuständigen Kanalisationsanlagen umgepumpt. Die Abwässer werden dann zur Kläranlage in Potengowo abgeführt. Zurzeit besitzt die Kläranlage die Säben in Höhe von 200 Kubikmeter pro Tag. Innerhalb des vorgestellten Plans westlich führt ein Kanalisationsabwässernetz. Die Abwässerwirtschaft. In Chlewnica befindet sich für mehr Abwässer.